ARD Text im Auftrag von Funk Und ja, wir spielen, was, wie heißt die, ne, Fix Map, ne, Nyx Map Boah, bist du, Bob, du hast die selber rausgegeben Die heißt Nyx, heißt die, Nyx geht mehr Ich möchte nur mal kurz sagen, Hadi hat die rausgesucht, das heißt, wenn die scheiße ist, wisst ihr ja, wer scheiße ist So, warte, 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 ich muss mal eben kurz Aber Natalia heißt Nyx Bakura, heißt die Warte mal, Slash Game Mode 1, ich muss mal eben kurz da hochfliegen, ja, so Oh, cool Damit ich ein schönes Thumbnail daraus machen kann Ja, dann drück F1 Ja, äh, F1, okay, perfekt, so Nyx, so, perfekt Und vergiss das Platz für, für, für Minecraft Schriftzug oben Was? Minecraft Schriftzug? Platz für Minecraft Schriftzug? Ja, äh, ja, ist okay, Peter Alles klar Ja, jetzt muss man das nochmal machen So, warte, dann machen wir das jetzt so So, warte mal, guck mal Jetzt könnt ihr mal live miterleben, wie wir unsere Thumbnails machen Voll mega Premium und so Wie du deine Thumbnails bist So, jetzt, so machen wir das nämlich Alles klar, jetzt können wir auch endlich anfangen Guck mal, da war ich so ein paar, die einen schwarzen Bildschirm Also, was viele gar nicht wissen, ist, normalerweise geht HDI immer auf Thumbnail LP Und, äh, es klaut sich die da Auf Thumbnail LP So, was haben wir denn hier? Ein Timebook Soll ich mir das Timebook mal mitnehmen? Nehme ich mal mit Ja, lies jetzt doch mal durch Ja, ich lies mir das jetzt mal durch So, Challenge 1 Beginner Facility Okay, Puzzle Sunrise Bla, 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 bla Keine Ahnung Da kann ich irgendwas eintragen Will ich aber jetzt nicht Oh, jetzt hab ich das gedroppt So, können wir jetzt loslegen Jetzt hab ich den Bullshit Meinst du, ich schreib den Scheiß für dich da rein, oder was? So, 11 Challenges 100 Level 27 Sterne Du kannst ja sogar Time Trial Abilities an- und ausstellen Ja, das wollen wir aber nicht Ja, dann mach's aus Ja, äh, down So, scheiß auf Time Trial Alles klar, egal Schwanz lecker So, Challenge 1 Beginner Facility Beginner Facility Let's do this Ja, komm hier Hadi Hadi dachte Weil die Map F-Challenges heißt Ja Das ist nur F-Challenges Aber dann hab ich mal die Description gelesen Weil auf die Idee ist der Bob nämlich nicht gekommen Ja Ja, das vielleicht 100 Challenges sind Ja, weiß doch Hatten wir die nicht schon mal? Ich weiß mal Mega Ich hab Auch ganz ehrlich Die Scheiße sollen wir jetzt machen Okay, alles klar Egal Wir haben bisher immer auch die Tutorial-Sachen gemacht Ja, das stimmt Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so eine Map gespielt hab Warte mal Warte mal Das kommt mir grad irgendwie Nein, wir haben die noch nicht gespielt Mir kommt das mega bekannt vor Mir kommt das auch ein bisschen bekannt vor Aber das können die Leute in die Kommentare ja mal schreiben Ich kann mal kurz googeln, warte mal Äh, nicht googeln Bei uns war YouTube nachgucken Ja Weil auch die Sache mit Du läufst halt durch die Bänder und bist in den nächsten Raum teleportiert, weißt du Ja, also wir hatten auf jeden Fall schon mal eine ähnliche Da stimme ich definitiv zu Ja, aber das war nicht die hier Ja, das überprüfe ich ja gerade Warte mal, ich muss mir auch kurz einen runter Hadi jetzt, lauf mal nicht so vor Ja, ja, jetzt holt mal nicht so rum Ist ja jetzt nicht so, als wenn die Dinger jetzt hier mega schwer wären Genau, also, ähm, für viele, die nicht wissen, was das ist, wir holen uns gerade einen runter Dafür mal wieder, äh, seit etwas längerem Äh, ohne Probleme, die 30 Millionen Aufrufe im Monat schaffen Finden wir geil, vielen Dank dafür an euch Der Sonntag war 1,3 Millionen Aufrufe Weil ich schon extrem krass fand Und ich dachte, okay, da ist Season 8 gestartet Mehr werden wir nicht schaffen Wow, ich bin Bob Ja, und dann kommt der Motor Der Motor hat 4 Millionen Aufrufe Haben wir gedacht, what the fuck ist los? An einem Tag, ja, müsst ihr euch echt mal geben, ey, geilen Schnittchen Das ist ganz schön abgefahren Ihr seid echt die fettesten Geilen Ich bin gerade echt zu dumm für die, für die Anfangsdinger hier Ich weiß auch nicht, was los ist mit mir So, wir, ja, stimmt Leute, wir, hatten wir das nicht damals, die Regel von wegen, so, ja, äh, wir, wir dürfen erst weitermachen, wenn der Letzte über die Dinger gelaufen ist Ein paar haben sich, haben sich auch noch mal gewünscht, da können wir gerne noch mal drüber diskutieren Wir hatten ja mal die Regel dreimal probieren, nachdem einer eine Challenge geschafft hat Ja, finde ich auch so, wir können mal einführen Ja, bin ich nämlich auch, also ich finde, das könnten wir auch mal wieder probieren Ich habe, ich habe vergessen, warum wir die Regel nicht mehr gemacht haben Vielleicht war es auch scheiße, aber wir können es jetzt noch mal probieren, finde ich, bei der Map Ja, das stimmt Dann füllen wir auch wieder den, äh, den Noob der Woche ein Ja, auf jeden Fall Aber ich finde, bevor, Moment, bevor wir jetzt weiter springen Ich finde, den Noob der Woche musst du noch irgendwas machen Ja? Okay Wenn man Noob der Woche wird, muss man, muss ja nichts groß sein Aber in der Kleinigkeit, so, weißt du so, dass man halt der Noob der Woche war Und richtig scheiße, deswegen muss man auch bestraft werden Wenn es mehrere Noobs der Woche gibt, gibt es auch mehrere Sachen Pass auf, ich würde sagen, der Noob der Woche, ähm, bis der, also die erste Bestrafung für den Noob der Woche Mal gucken, wann der erste wird oder die ersten beiden gleichzeitig Müssen auf ihren Social Media Kanälen ein Bild von sich posten, wo die auf ihrer Stirn mit einem Edding geschrieben haben Noob Okay Okay Okay? Ja, alles klar Ja, alles klar So, der erste Stern geht schon mal an mich, ihr kleinen Hobos Sehr gut Wer weiß, dass ich eine Wohnung habe, was soll das? Ja, aber die, du, du wohnst da nur zur Tarnung Okay Achso Und wirklich ist Timeborn, weil wir Timetriale nicht gemacht haben Back to Spawn So, wo ist denn Back to Spawn? So, perfekt Das läuft jetzt auch Ja? Ja, sehr gut Ausgezeigt? Gut, Challenge 2 Puzzle Boah, wie hab ich das Gefühl? Wir hatten das schon Egal Werden wir ja sehen So Das ist nicht rated und die Difficulty Warning This is a ton of redstone involved later Ich seh ja gar nichts, was geht denn hier ab? Ah, okay Alles klar Hast du da Challenge 1 geschafft? Ich hab mir das gemacht So Level 2 Ja, du musst noch den warten Vielleicht wird der der Noob der Woche Ja, das stimmt Ne, 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 warte mal, warte mal, warte mal, wann wird man denn Noob der Woche? Wenn man das Ja, wenn man dreimal in einer Aufnahme Challenge Ah, ja, genau Stimmt Ja, dreimal Also wenn man dreimal quasi gezwungen wird aufzugeben Man zählt das übrigens, sobald der Block draußen ist Na gut Nee, wobei, ne, das stimmt nicht, das wär ja gemein Dann, man will ja nicht die Zeit Bei Puzzle ist das immer schwieriger Ich seh nix Ist das passiert? No Ah, easy going Hier ist doch alles easy Which path will you take? Choose wisely on this Ich nehme in der Mitte Lol Er wird 2, 3 Ich bin durch Ne, ich bin jetzt zurück Scheiße Mwahahahaha Nein Ja, ich bin noch nicht durch Jetzt, Level 2, 4 Ich hab's geschafft Fuck Fuck Das würde ich jetzt ein bisschen scheiße Die hat's noch nicht geschafft Moment, ist Noob der Woche nur, wenn man aufgibt oder auch wenn man die dreimal verkackt? Ja, auch wenn man die dreimal verkackt Würde ich nämlich auch sagen Hä? Und jetzt? Hat der letzte noch drei Versuche oder nicht, wenn der erste das geschafft hat Was hast du denn jetzt? Ich geh hin Ja, aber es guckt mich gar nicht an Ja, echt? Was soll denn denn? Dann guckt es mich durch die Wand an Ja, warte, ich hab's dir sagen Ne, gerade nicht Also ehrlich gesagt Doch, jetzt! Jetzt! Ja, ja, du hast es! Du hast es getriggert Komm in unsere Richtung So, okay Mach das noch mal Mach das noch mal Komm Komm schon, Schwein Komm schon, du dämliches Schweinchen Ja, ja, ja Ah, zurück Jawohl Was für ein dämliches Vieh, ey Hey, wieso will das nicht? Geh mal hier weiter nach links, Bram Hier, weiter nach links Damit das weiter nach links geht Oder meinst du, das hat dich gerade gar nicht getriggert? Nass, ich glaube, das hat mich gerade gar nicht getriggert Jetzt? Hat's mich getriggert? Ja, ja, jetzt hat's dich getriggert Jetzt hat's dich getriggert Ja, aber sobald du we- Ja, ja! Ja, ja! Ne, du bist zu weit weggegangen, du musst näher dran Ja, jetzt, so Komm schon, du dämliches Scheißvieh Ich darf doch noch mal einen halben Schritt, ey Mach das! Was ist, guckt einen aus diesem Blut? Hier ist offen, ist offen, ist offen, Leute Okay, perfekt So Ja, alles klar Please be patient, while the level is resetting to its original state Aha Wie ist Peter denn jetzt da weitergekommen? Ja, Zapierdorf ist cleared 2-4 Aber ich werde nicht teleportiert Er ist teleportiert worden Er kommt hier einfach rüber zu 2-5 Vielleicht ist die Map nicht Ah, jetzt Aha, die ist teleportiert worden So Moment Ich weiß nicht, ob die Map ausgelegt ist für mehrere Leute, ehrlich gesagt Weiß ich auch nicht Da komm, ich lauf kurz da drum Du hast sie doch ausgesucht, wie sieht denn das da aus? Das weiß ich nicht Guck mal, Bram, kommt schon Guck mal, erstmal ein Diamanten abgezockt Oh Gott Wie ist das eigentlich? Schlagen ist aber erlaubt, oder wie? Sicher ist Schlagen erlaubt Juhu Oh, das war sein erster Versuch Quatsch Ne, der kommt jetzt erst Jetzt würde ich doch erst mein erster Versuch Jetzt kommt sein erster Versuch Ja, aber wirklich schwierig Ich denke mal, das wird kein Problem werden, ja Ja, das denke ich auch Wobei, das habe ich bei dir damals auch gedacht, Hadi Ja Dann war es doch ein Problem Ja Das wäre das Geiles Ach scheiße, Peter hat schon den richtigen Weg gefunden? Jo, keine Ahnung, ehrlich gesagt Oh Gott Wie sind die da hochgekommen? Muss ich denn hier hin? What the fuck? Ah Okay Alles klar Heise Ja Jetzt bin ich wieder runtergefallen Oh, jetzt Vielleicht hier Hier Ja Hier fühle ich dich aus So, könnte man Mein Oh, uncool Ah ne Wir hatten auch Der letzte muss immer den Checkpoint öffnen Boah, wir haben hinter der Zeit So viele Regeln eingeführt Ich verliere denn voll den Überblick Wir bräuchten so ein Regelbuch Verschiedenen Paragrafen, weißt du Auf die man sich dann beziehen kann Und so eine Scheiße Ja Das ist ja Wo wir das Nein, nein Wenn du genau liest Paragraph 3.1 Sag, dass du noch Leertaste drücken musst Bevor dein Level beendet Oder irgendeine Scheiße Muss man echt da durchspringen Durch den Gang? Ja, hab ich zumindest gemacht Ja, muss man Ah, okay Ah, no problem Beepisi Loll Loll Ja, Loll Also ich bin zurück teleportiert worden Als ich dann auch Ja Ja Ja, aber das steht Trotzdem ist cleared Muss mal rausgehen Guck mal Ach, jetzt hör mal nach unten Ja, aber ich hab jetzt trotzdem Sorge Das? Das, das, das ist 5, 2, 8 ist zu Ach, nö Aber eigentlich hätte man noch Wahrscheinlich noch auf die andere Seite teleportiert werden müssen, oder? Vielleicht ist das aber auch ein Troll Vielleicht ist das ein Troll Ja, glaub ich nicht, wenn er auch nicht schon cleared steht Ja, glaub ich nicht, wenn er auch nicht schon cleared steht Hehehehe So Ich hab's geschafft Hahaha 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 Aber warum haben wir es auch gesehen haben? Nee Das war sein erster Versuch Er ist zurück teleportiert worden Wollen wir mal gucken Was? Das war sein zweiter Versuch Er ist zurück teleportiert worden Und? Und? Ich weiß es nicht, er ist noch dahinten Er steht Ich steh Ich steh hier noch, ja Und zwar Äh, jetzt Haha Jetzt stellt sich ja direkt die große Frage Ich hab das Level ja schon geschafft Ja, du musst aber hier hinkommen Ja, kann ich ja, ich kann ja durch die Tür laufen Nee Welche Tür? Kannst du nicht? Checkpoint Tür Nee Der letzte macht doch den Checkpoint auf Ja, richtig, der letzte macht die auf Also bis hier, bis hier zur neuen Challenge musst du schon kommen Ah man, ach Einen Sekunden gebrauch ich nochmal, ja meine Schnuckis? Junge Je